Hi, in dieser kurzen Session beschäftigen wir uns mit dem Projektordner. Der Projektordner ist der Ordner, in dem üblicherweise alle Dateien, die zu einem Projekt gehören, abgelegt werden. Anlegen eines Cubase-Projekts Öffnen wir Cubase einmal. Üblicherweise wird nach dem Starten von Cubase dieses Fenster angezeigt. Der Steinberg-Hub Im linken Bereich hat man Zugang zu verschiedenen Online-Services von Steinberg. Zum Beispiel zu News oder verschiedenen Video-Tutorials. Im rechten Bereich ist der Projektassistent. Hier kann man, wie in den anderen Programmen auch, aus verschiedenen vorgefertigten oder selbst erstellten Projektvorlagen auswählen. Außerdem hat man eine Liste der zuletzt geöffneten Projekte. Unter anderem findet man ein leeres Projekt und das Default-Projekt. Das Default-Projekt ist einfach eine Standardvorlage, die man selbst einrichten kann. Ich wähle nun einmal leeres Projekt, indem ich auf Empty klicke. Hier unten kann man Cubase noch mitteilen, wo der Projektordner für das neue Projekt angelegt werden soll. Eine Option ist der Standard-Speicherort. Diesen Standard-Speicherort legt man am besten einmal fest, indem man in dieses Feld klickt und einen Ort auswählt. Immer wenn man ein neues Projekt anlegt, muss man dann nur mehr den Namen für den Projektordner in dieses Feld eingeben. Ich wähle anderen Speicherort wählen aus und klicke auf Weiter. In diesem Fall kann ich einen Projektordner auswählen bzw. manuell anlegen. Ich gehe in meinen Dokumentenordner. Hier lege ich einen neuen Ordner mit dem Namen Testprojekt an und klicke dann auf Öffnen. Cubase hat nun lediglich einen Audio-Ordner in dem von mir angelegten Projektordner erzeugt. In diesem Ordner werden standardmäßig alle Audiodateien abgelegt, die man aufnimmt oder importiert. Es wurde aber noch kein Projektpfeil angelegt. Dies muss man händisch machen. Über das Menü Datei, Speichern unter. Am besten speichert man das Projekt in den Projektordner, dann hat man die gewohnte Ordnung. Das Projektpfeil hat die Endung CPR. Weitere Ordner und Dateien im Projektordner In den Programmeinstellungen in Cubase kann man festlegen, dass in regelmäßigen Abständen automatische Backup-Dateien des Projekts erstellt werden. Man macht dies auf der Unterseite Allgemeines. Man kann diese Funktion hier aktivieren. Hier stellt man das Zeitintervall ein, nachdem automatisch ein Backup erstellt werden soll. Und hier stellt man ein, wie viele Backup-Files behalten werden sollen. Es ist bei Cubase also nicht so wie bei Logic, dass immer wenn man manuell speichert, die vorherige Version als Backup aufgehoben wird. Hier wird automatisch in bestimmten Zeitabständen ein Backup-File angelegt, auch wenn man selbst kein einziges Mal speichert. Schauen wir uns einmal in einem Projektordner an, wie die Backup-Dateien aussehen. Sie werden einfach ohne eigenen Unterordner in den gleichen Ordner gelegt, in dem auch das Projektpfeil liegt, und bekommen die Endung BAK. Wenn man auf eine Backup-Datei zurückgreifen möchte, muss man sie zuerst umbenennen und die Endung CPR anhängen. Wir sehen hier weitere Ordner, die im Laufe des Arbeitens automatisch im Projektordner angelegt werden. Ein Images-Ordner, in dem die Wellenform-Dateien abgelegt werden. Ein Freeze-Ordner, in dem die Freeze-Files abgelegt werden, wenn man Spuren freest. Und ein Edits-Ordner. Wenn man in Cubase eine Audiodatei vermeintlich destruktiv bearbeitet, sie zum Beispiel normalisiert, wird immer das Original im Audio-Files-Ordner aufgehoben und für die Bearbeitung eine eigene Datei im Edits-Ordner angelegt. Auf diese Weise kann man auch solche Bearbeitungen jederzeit rückgängig machen. Sie sind also nicht wirklich destruktiv. Dazu aber später mehr. Einen Fade-Files-Ordner wie in Logic gibt es in Cubase nicht. Cubase schreibt Fades nicht als Datei auf die Festplatte, sondern berechnet alle Fades in Echtzeit. In diese Cache-Datei werden verschiedene Daten ausgelagert, um Vorgänge zu beschleunigen. Man kann diese Datei aber zum Beispiel zum Archivieren auch löschen. Über den Ordner Track Pictures sprechen wir später noch. Okay, das war's auch schon wieder für diese Session. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dieses Video ist Teil der Online-Tontechnik-Ausbildung bei www.sonic-vision.tv Auf unserer Website findest du all unsere Videos, auf dem aktuellsten Stand und ordentlich sortiert. Und wie ein besucher auch Leute Kürzer? Und wie ein Abit dann lên78-21 auf dem Stand man, denn für die Fades vor Deutschland mówię, wie ein Abit dann weiter. Und wie ein clothes Indon ist, dass es nur noch einen gebrauchten possível.